Kommt der Mindestlohn überall an? Was tun, wenn der Chef trickst? Informationen und Tipps von Claudia Falk. Im Januar 2017 wurde der Mindestlohn erhöht auf 8,84 Euro pro Stunde. Aber kommt er auch wirklich überall an? Bekommt wirklich jede Verkäuferin, jede Kellnerin, jeder Regaleinräumer oder Taxifahrer diesen Mindestlohn? Es gibt berechtigte Zweifel. So melden sich geprellte Beschäftigte an der Telefonhotline des Bundesarbeitsministeriums und sie melden sich via E-Mail oder am Chat des Deutschen Gewerkschaftsbundes und schildern, wie ihre Chefs tricksen. In den Taxis gibt es zum Beispiel eine Software, die messen kann, ob sich der Wagen bewegt. Rollt der Wagen, gilt das als Arbeitszeit. Steht der Wagen, gilt das als Pause. Aber hier liegt die Gemeinheit. Wenn ein Wagen steht, kann es auch sein, dass der Taxifahrer auf Kundschaft wartet. Das ist dann Bereitschaftszeit und die ist zu vergüten. Es handelt sich dabei schließlich nicht um eine Pause, in der der Fahrer machen kann, was er will. Aber viele Chefs zahlen für diese Zeit nichts. Besonders Minijobber werden häufig um den korrekten Mindestlohn gebracht. Sie dürfen pro Monat im Rahmen ihrer geringfügigen Beschäftigung maximal 450 Euro monatlich verdienen. Ist es mehr, kommen sie in die sogenannte Gleitzone und werden sozialversicherungspflichtig. Das heißt, sie müssen dann auch Abgaben für die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenkasse bezahlen. Bei der Vergütung von 450 Euro dürfen Minijobberinnen, meist sind es Frauen, maximal 50,9 Stunden im Monat arbeiten. Das ist ganz leicht auszurechnen. 450 Euro geteilt durch 8,84 Euro Mindestlohn gleich 50,9 Stunden. Arbeiten sie länger, wird der Mindestlohn unterlaufen. Davon können viele geringfügig Beschäftigte leider ein Lied singen. Etliche Firmen haben mit Einführung des Mindestlohns zwar neue Verträge aufgesetzt, in denen die Arbeitsstunden reduziert, also mit dem Mindestlohn in Einklang gebracht wurden. Aber tatsächlich erwarten die Chefs, dass die Arbeit im alten Umfang geleistet wird. Ja, dann ist das so, dass ich dann zur Arbeit komme, aber dann sagt der Chef erst mal in die Tischdecken und Vorbereitungen und so weiter. Das zählt jetzt nicht zur reinen Arbeitszeit. Das müsste ich, also das würde nicht registriert werden. Und erst ab dem Moment, wo wirklich die Gäste kommen und ich dann losgehe mit der Speisekarte und so weiter, die Wünsche aufnehme erst ab da. Also wenn die Gäste kommen, wird das dann als Arbeitszeit gezählt. Aber das heißt, ich arbeite eigentlich nicht diese zugelassenen möglichen 50 und ein paar zerquetschte Stunden im Monat, sondern es sind, also ich komme locker da auf 70 Stunden im Monat. Verschiedene Forschungsinstitute wollten es genau wissen. Sie haben die Daten des sozioökonomischen Panels SÖP ausgewertet und auch die Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamts. Die Frage war, ob Minijobber mindestens Mindestlohn erhalten. Das Ergebnis, im Juni 2015, ein halbes Jahr nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, wurden 44 Prozent der Minijobber um den Mindestlohn betrogen. Sie bekamen zwar offiziell den damals gültigen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde, aber sie arbeiteten viel länger als im Vertrag angegeben. Was also tun? Wie können sich Arbeitnehmer gegen Mindestlohnverstöße wehren? Sie haben, und das ist das Besondere an dem Mindestlohngesetz, sie haben drei Jahre rückwirkend Zeit, ihre Ansprüche gegen ihren Arbeitgeber durchzusetzen. Wie aber setzt man die Ansprüche durch? Erstens, Beweise sammeln. Dokumentieren Sie Ihre Arbeitszeit selbst, schreiben Sie auf, wie viele Stunden Sie täglich arbeiten und lassen Sie das von Ihrem Chef und oder Ihren Kollegen gegenzeichnen. Zweitens, stimmt die Lohnabrechnung nicht, mahnen Sie die Nachzahlung mit Fristsetzung bei Ihrem Chef an. Drittens, reagiert er nicht und haben Sie einen Betriebsrat in Ihrer Firma, reden Sie mit dem Betriebsrat. Er kann zwar nicht individuell für Sie das Geld einklagen, aber prüfen, ob andere Kolleginnen ebenso betroffen sind und entsprechend Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Viertens, wenn alles nichts hilft, müssten Sie klagen. Die zuständigen Gewerkschaften geben ihren Mitgliedern natürlich kostenlos Rechtsrat und übernehmen auch die Kosten für nötige Anwalts- und Gerichtskosten. Leider muss jeder Betroffene einzeln klagen, da es noch kein Verbandsklagerecht gibt. Aber manchmal wirkt schon ein Brief von der Gewerkschaft Wunder. Fünftens, außerdem sollte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS, über den Verstoß informiert werden. Diese Einheit des Zolls ist zuständig für die Kontrollen der Mindestlöhne. Auch die FKS kann zwar nicht den ausstehenden Lohn beschaffen, aber sie treibt die Beiträge zu den Sozialversicherungen ein, die der Arbeitgeber unterschlagen hat. Und davon profitiert die Allgemeinheit, also die Steuer- und Beitragszahler. Vielleicht suchen Sie sich auch einen neuen Job, bevor Sie Ihren alten Arbeitgeber verklagen. Dann fällt es vielleicht leichter. Wie gesagt, Sie haben ja drei Jahre rückwirkend Zeit, den ausstehenden Lohn einzuklagen. Wichtig ist jetzt, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit endlich intensiver auch kleinere Firmen wie in der Gastronomie und im Einzelhandel kontrolliert. Ne, also Kontrolle hatten wir hier überhaupt noch gar nicht. Ja, vielleicht sollte man denen mal einen Tipp geben. Es muss jedem schwarzen Schaf unter den Arbeitgebern klar sein, dass Mindestlohnverstöße sofort entdeckt und auch sanktioniert werden. Mindestlohnverstöße können mit bis zu einer halben Million Euro Bußgeld bestraft werden. Hoffen wir, dass der Mindestlohn bald überall ankommt. Kommt der Mindestlohn überall an? Was tun, wenn der Chef trickst? Informationen und Tipps von Claudia Falk Quartier Untertitelung des ZDF, 2020